ein schlüssel natürlich was auch sonst ich glaube ich erst mein schlüssel gleich auf hier nicht mal gerade noch was die sind alle noch weg enthäpp und schlüssel benutzt was mache ich mit den dingern johann würde gerne kommentieren aber traut sich nicht wer ja das ist dann also ich würde sagen müsste man sich erst mal unterhalten aber ganz ehrlich bei mir war es am anfang auch so ja ja ich sag mal so dass das frage ich nur leute mit denen ich wo ich mir denke ja das wäre lustig weil ich meine mit jeweils lustig sich zu unterhalten warum also zusammen aber ich habe angst halt wirklich keine kein gespräch zufüllen et cetera aqua silence und du kannst nicht damit umgehen schade und jetzt sagst du gar nichts mehr warum sagst du nichts weil ich böse bin soll ich mich in dir getäuscht haben was nein pika pika rad das ist die neue andere entwicklung von pikachu ja ich meine so wie gesagt das ist nicht nicht könnte auch kommentieren aber er würde sich wohl nur noch unbeliegt da machen als er ohnehin schon ist hä was ist unbeliegt ja verstehe ich auch nicht johann sie müssen uns drei fremdschwamm beherrschen einen wissenschaftlichen fachtext oder fehlerlesen und schließend rückwärts sprechen wie rückwärts geiler ich also rückwärts ich nur jeden zweiten buchstaben und dann rückwärts wenn schon denn schon und das in einer franzsprache und zwar chinesisch nein japanisch japanisch ist cool ja japanisch ist viel besser ich bin nicht dran habe ich kein pokémon so schlecht glaube ich sushi hmm na erstmal machen wir ja noch Schontay pokémon aber ich denke ein kokumentar reicht wenn ein hase es macht hmm hmm L ist nicht unbeliebt aber wenn du willst kannst du es ändern nur zu ne ich verbiete das niemandem der Bandhaber wird gerne geschwinkt da kam schon ne lass mal ich würde ja gerne den Chat mit einblenden aber ganz ehrlich ich hab so die Befürchtung wenn ich das tun würde könnte es auch passieren dass da Sachen angezeigt werden die nun wirklich niemand sehen müsste sollte dürfte dass da mal irgendwann jemand kommt der Sachen schreibt die die man nun wirklich nicht zeigen sollte also müssen wir leider immer weiter den Chat vorlesen hm hm ah äh wie komme ich denn hier weiter ah ok so bbbbbbbb aha aber wie kam ah ähm ähm ich muss irgendwie da hin aber wie Was für ein Klotz? Keine Ahnung. Wer ist denn der Klotz? Schwupp. Schwupp. Ah, hier geht's oben lang. Ah, cool. Schwupp, schwupp. Hm. Hm. Wie komme ich bloß an dieses... Ich glaube, ich komme erst mal noch nicht an den Dings da. Was ist denn da unten? Gott, noch so viele Fragen, die offen sind. Na, ich gehe erst mal hier lang. Ja, genau. Sapi, bitte. Wo wir gerade bei dem Thema waren, nicht wahr? Ich habe das gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber ja. Ich auch nicht. Danke, Haare. Das ist lieb. Ich glaube, ich sollte Herrn Hasen vielleicht dann auch mal die Macht geben. So langsam. Oder sollte ich das wirklich tun? Ja, stimmt. Du kennst ihn länger als ich und gibst mir einfach die Rechte und ihm nichts. Das hat etwas lange gedauert. Oh, jetzt kommt wieder so dieser... Ich bin besser. So dieser, äh, ähm, ach. Wie nennt man das? Äh, äh, Kompatibilitäts... Nein, ähm. Oh. Oh. Ganz viele von den Kleinen hier. Aber das war's schon. Cool. Ähm. Ah. Das ist gemein. Genau da, wo ich stehe. Kompetenz-Bash war das. Genau so wollte ich das sagen. Oh, Schleimis. Magst du Schleimis? Nein. Sie sind auch noch grün. Wie geht's? Magst du keinen grünen Schleim? Nee. Ja, okay. Den bringt man eigentlich auch immer so ein bisschen mit Krankheit in Verbindung. Du, 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 du. Ah, hier gibt's wieder was Neues. Was ist es? Ein Risky-Hut? Äh, Riskys-Hut erhalten. Ah. Ein Hut für Whisky. Drücke in der Luft R. Oh, cool. Wusch. Das ist ja geil. Das ist wahrscheinlich so... Ich glaub, das ist sozusagen, ähm... So weit zum Fliegen. Na, nicht ganzen Double-Jump, aber... Naja, es... Lässt einen zumindest weiterkommen. Und das ist gut. Das ist echt gut. Hm. Wee. Naja, und so ein kleines bisschen Aufwind kriegt man dadurch tatsächlich. Aber vor allem... Du kriegst alles Mögliche von Whisky, äh, Risky, äh, Risky. Du kriegst ihre... Oh Gott. Ähm... Ihren Hut. Du kriegst ihre, ihre, ihre Pistole. Vielleicht ihre Unterwäsche. Äh, was? Risky's Tanga. Warum nicht? Was hast du gesagt? Der Mehrfachsprung kommt als letztes. Na gut. Ich geh mal hier runter. Ah, hier bin ich jetzt wieder da. Okay. Wusch. Alle Items im Spiel sind von Whisky. Okay. Und jetzt komme ich vielleicht auch da rüber. Mal gucken. Wee. Wee. Cool. Hab genau das gefunden, wo ich weiter musste. Wow, was ist das? Kann ich es einsaugen? Nein, ich kann es natürlich nicht einsaugen. Aber es hat sich bestimmt irgendwas geändert dadurch. Wee. Wee. Iiii. Jetzt. Mh, wann kommt der Livestream morgen? Ach so, wann, wann wäre denn... Wann wäre es dir denn recht? Ehrlich gesagt, morgen überhaupt nicht. Awww. Vielleicht Sonntag. Da muss ich morgen wohl alleine einen machen. Oder, äh, oder ich finde noch jemanden... Herr Hase! Ich hätte eigentlich jemanden für mehr weibliche Stimmen gerne. Ich will nicht immer weibliche Stimmen mit männlichen Leuten besetzen. Tut mir leid. Dafür ist ja... Dafür ist Herr Hase dann bei Pokémon dabei. Sushi. Das ist ein Vorschlag. Da würde sich Sushi bestimmt freuen. Am besten morgen nach 19 Uhr. Oh ne, das ist mir zu spät persönlich. Außerdem, dann kommt ja noch... Ah, dann kommt ja noch das Ace Attorney Ding. Das würde ich so ansetzen, um... Ich habe keine Ahnung wann. Oh Gott. Wann ist denn... Oh Gott. Kann mal jemand nachschlagen, wann morgen der E-Pri ist? Also der Elektro Grand Prix? Und welche Uhrzeit die da fahren. Und wann das übertragen wird, vor allem im Fernsehen. Das würde mich mal interessieren. Busch. Hm. Wah! Jetzt komme ich da rüber. Häp. Nicht. Noch nicht. Moment. Häp. So ein Viech schon wieder. Komm runter. Ach, lass dich doch einfach besiegen. So. Dunkle Magie eingesaugt. Ähm. Dü, 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 dü. So. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Morgen Livestream. Oh, wann mache ich das denn am besten? Äh, ich habe... Ich habe... Moment. Ich habe irgendwo ein Infoblatt. Tut mir leid, wenn ich das jetzt mal gerade suchen gehe. Ich will nämlich wissen, wann... Wann morgen das Rennen ist. Dü, dü, dü. Bis gleich. Ah! Ha, also ich wäre so für 15.30 Uhr. Gebannt aus Deutschland. Oh, Mann. Ey, nicht lästern. Ich bin schon wieder da. Also, ähm, nochmal jetzt, äh, ganz offiziell. Morgen um 15.30 Uhr wäre ich, äh, für einen Stream. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Moment, wo war der nächste, äh, Speicherpunkt nochmal? Ich gucke mal auf die Karte. Da gehen wir nämlich dann hin. Und dann, äh, würde ich sagen, reicht das auch. Moment. Dann gehe ich mal... ...da hoch. Höp, höp. Höp, höp. Ah, nochmal. Sapi jetzt schon wieder weg, oder was? Nein. Sapi, bist du schon wieder weg, oder was? Nein. Nein, heute nicht mehr Welt 3. Tomodachi Live. Ach, was soll ich denn sonst noch alles spielen? Ich hätte eigentlich gar nicht die Zeit. Oh, Mann. So. Oh, Mann. So. Wann ich mal einen Stream mache? Naja. Nee. Ich bleib morgen bei 15.30 Uhr. Und eventuell sieht man dann auch mal die erste Folge, also die Premiere von der ersten Folge von dem Ace Attorney Anime. Auf Deutsch meine ich. Also dann. Zu geklappt, eingepackt. Ach, Dudiflam kommt noch. Ich wollte noch Dudiflam zeigen. Moment. Haben wir gleich. Wo ist es denn? Wo ist es denn? D, 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 wie Dudiflam. Wo ist es hin? Ich weiß, es ist irgendwo. Da ist ein Dudiflam. Da ist die Skizze und da ist... Okay. Erstmal. Die Skizze von Dudiflam. Äh. Ist ein bisschen groß jetzt. Düm, düm, düm. Ähm. Okay, also. Ich kann das leider gerade nicht kleiner. Doch, ich kann das kleiner machen. So. Dschm. So. Und jetzt gibt es das auch nochmal in... In... Nicht unbedingt hübscher. Aber in digital. Das ist Dudiflam. Sagt Hallo zu Dudiflam. Hallo. Hallo Dudiflam. Und dann würde ich damit auch sagen... Äh. Damit würde ich sagen... Äh. Tschüss. Bis zum nächsten Stream. Morgen um 15.30 Uhr. Im ersten. Nein, kein Abspann. 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 Niemand kann ihn leiden. Niemand. Okay, also.